hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf diesem kanal heute werde ich euch die rosmarin blättrige griechweide vorstellen ja also sie kommt in einmal spät gemähten wiesen vor also nassen wiesen und mooren und sie ist das kleinste gehölz also in niederen lagen mittel europas also unter 1000 meter seehöhe sie ist unter schutz gestellt und stark gefährdet und ich glaube in der steiermarker die weiblichen kätzchen zu zahlen hat die samen drin diese die männliche sind schon abgefallen und sie werden halt vom wind verweht jetzt noch ein bisschen wir haben das einen kleinen teich und ja dies hat stark geführt wie schon und unter schutz bei uns haben wir eine strauche gehabt das gleich mal aufgegangen dann haben wir noch den großen diesen wiesenknopf das auch sehr selten ich weiß nicht ob man das schutz ist oder ich vermute das sind noch nicht aber ja würde ich sagen weil der deich ist bei meiner oma und ich bin nicht drauf gekommen dass ich da was machen kann ja dann würde ich sagen tschüss und lasst vielleicht ein like und abo da das würde mich sehr freuen dann 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 dann